Mein Name ist Markus Ennerle und ich bin Forschungsleiter bei der Firma Erbe Elektromedizin in Tübingen. Mein Anspruch an das Muppet und insbesondere generell an ein Fitnessstudio ist höchste Qualität in allen Bereichen. Das fängt bei mir ganz besonders bei der Hygiene an und setzt sich über den Wellnessbereich fort. Und den würde ich auf Stufe 4 Sterne bis 5 Sterne bewerten. Des Weiteren sind für mich ganz besonders herausragend die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter nicht nur in Bezug auf ihre fachliche Qualifikation, sondern eben auch in Bezug auf ihre Antenne für die Ansprechbarkeit der Kunden. Das heißt, wenn ich mal gut drauf bin, dann merken das die Mitarbeiter und entsprechend begegnen sie mir. Wenn ich schlecht drauf bin, dann merken sie auch, ob ich angesprochen werden will oder nicht und respektieren das. Das ist für mich auch zeiteffizientes Training. Darüber hinaus ist es so, dass insgesamt mich beim Muppet auch das Gesamtpaket ganz besonders überzeugt. Und hier auch die Öffnungszeiten für mich in der Region herausragend sind im Vergleich zu Wettbewerbern. Gerade jemand mit wenig Zeit, wie das bei mir der Fall ist, schätzt es, wenn er wenig Zeit hat, genau dann auch ins Fitnessstudio gehen zu können. Aus meiner Sicht also sind meine Ansprüche bei Muppet voll erfüllt. Wie beeinflusst das Muppet mein Lebensgefühl? Ganz einfach. Sehr stark und sehr positiv. Denn für jemanden, der wenig Zeit hat und trotzdem gerne sich bewegt und weiß, dass Bewegung Freude und Lebensfreude bedeutet, erfüllt Muppet meine Ansprüche. Darüber hinaus kann ich mich für meinen Beruf und für meinen Berufsalltag wappnen, indem ich meine Stressresistenz steigere. Also Anspruch wiederum erfüllt. När das wiederholfen ist, wenn ich mich für meinen Berufsalltag entdeckte, weil ich bin unerhénie und bes succeeds, wenn ich meine Fahrt verkaufelte. Ich habe mich für den ZD-ZD-ZD-ZD-T-D-ZD-ZD-ZD-ZD-ZD-ZD zum erschöp rendering. Ich habe mich für einen Daumen nachgesagt.